Ich bin Julia von Team und bin hier im Labor 10, das Fremdgehen heißt. Und wir machen gerade die letzten Vorbereitungen quasi zu unserem Schlag, den wir dann am Freitag ausführen. Wie sieht der aus? Wir bauen am Alexanderplatz einen Stand auf und wollen den Leuten symbolisch ihre Angst nehmen. Also das Ganze nennt sich ja auch, wir nehmen ihnen ihre Angst und wir versuchen Leute anzusprechen. Die sollen uns ihre Ängste nennen und auf den Zettel schreiben, dann werden wir das symbolisch zerschreddern und wollen so versuchen die Leute vielleicht ein bisschen glücklicher zu machen.